Das ist einfach's Freunde und herzlich willkommen zu NSMBV. Wir sind zu dritt. Hallo. Soll ich jetzt? Hallo. Ja so. Ich übersteuere jetzt extra, damit ich die Ohrenkriege besitze. Wir gehen jetzt ein Level. Ne, wobei, Welt 4.1 da rein. Ja, was hört man nichts? Ja, man hört den nicht. Wir sind hier zu dritt. Socht es in der Runde. Ach er, übrigens. Also der Luigi spielt. Weißt es ja nicht. Und äh, der hat, wir haben sehr gut gespielt, ne. In der ersten Welt ungefähr. Warte mal, lass mir da hoch. Und der hat drei extra Läufe und wir haben gerade mal bis zum Schloss gespielt oder so. Warte mal. 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 Warte. Ich hab eine bessere Idee. Ja, ich hab. Was? Was hab ich gemacht? Auf jeden Fall ist das die richtige Lösung. Guck mal, wie geil ich mit dem Pinguin schwimmen kann. Das liebe ich voll. Stimmt, das wollte ich euch auch mal zeigen. Das ist so cool. Ja wir haben doch immer Mario World gespielt, du weißt doch noch was? Was? Hahahaha Ach übrigens, Alkan hatte auch einen extra Anlauf, das muss man ihn lassen Ja und dank dir! Extra Anlauf ist extra Anlauf Das stand aber nicht durch mich Nein Alkan, siehste, siehste ist auch wegen mir jetzt Als ob die zweite Star-Coin Doch, eigentlich ist der andere wegen mir, wo ich hab' Ja Hey Pinguin Kann ich dich eigentlich einführen? Nee Warte, gibt's hier noch was irgendwie? Irgendwie finde ich hier nichts mehr Hier ist was Ich seh schon wie ich das bekomme Das ist schlau gemacht eigentlich Ich find das level cool Hä? Ja, aber das ist irgendwie gut gemacht irgendwie Ja man hört dich nicht Ah, hier gab's doch irgendwo was Warte mal Hier unten war irgendwas Da bin ich sicher Verpiss dich Nee, hier ist nichts mehr Ja hier unten war was, genau Wir müssen jetzt in die Röhre rein Ja, wir müssen einfach da durch Ja, wir müssen einfach da durch Hä, wie besiegt man den fetten Fettsack hier? Hä? Was haben wir hier? Warte mal, Pilz Ich hab ne Idee Du kannst ihn nicht einfrieren Ja komm mach mal Ich glaub nicht, dass man den einfrieren konnte Ich glaub nicht, dass man den einfrieren konnte Pass auf Komm mach Was machst du hier? Du musst ganz am Rand stehen Dann triffst du ihn auf Also ganz links Ja mach das mal Ich hab ne bessere Idee Ich hab ne bessere Idee Der Shake Wie hä? Wegen der Strömung Du darfst du gar nicht mehr in den Fettsäuren Alkan, versuch mal du Du musst durch die Mitte einfach nur durch Hey, die ist eine, ist verstopft Du musst weiter nach rechts Gehen wir weiter nach rechts Genau, geh rein Jawohl, alter Voller Fettsack hier Ja, vornabs, alter Ich dachte, hier gibt's ne Starcoin Ach, Wenzel Ja, für dich Wollte mich verarschen Jetzt du mal raus aus dem Level Musstest du sterben In dem Raum, wo überhaupt eigentlich ein Bonusraum war Wie kann man da sterben Ich bin gestorben, weil diese Muschel da einfach zugegangen ist Ja, weil die Muschel zu war Ja, weil die Muschel zu war Ey, schon wieder ist der Game Over Ist ja lustig ey, wir haben das erste Level gespielt und der ist schon wieder Game Over Das ist ja scheiße Das ist ja scheiße Es hat beide Game Over Wollte, wollte das mir ernsthaft erzählen Wollte das mir ernsthaft erzählen Wo ist die dritte Starcoin Warte, ich hab ne Idee Da oben Das ist ja behindert Warte, ich hab ne Idee Da oben Das ist ja behindert Nein, du brauchst einfach nur Da muss man halt einfach nur ein Coach verlieren Leia Alter, er ist so viel Level Ich hasse Wasserlevels Und wir sind genau in einer Wasserwelt Hey, stimmt, wir können das für uns alle benutzen Ist doch cool Das ist doch ziemlich cool Die sind die besten in der Wasserwelt So, wir brauchen Wir brauchen Wir müssen einfach nur schnell durch Außer bei dieser Stelle Müssen wir das 1-4 und Wazit machen Och Gott Wollte, mich ver... So, ich hoffe, hier gibt's noch einen Pinguin dazu Oh, danke So, jetzt müssen wir leben Kommt jetzt Scheiße, scheiße, scheiße Ich muss jetzt aufpassen Alter Ah, genau Jetzt haben wir's Seht ihr, das ist so unfair Das ist so unfair Das ist so unfair Wie kann man nur so eine Star-Könung so unfair machen? Was war daran unfair? Das ist ein normales Mario-Spiel Das ist daran unfair Das ist so unfair Also Mario ist unfair, aber doch nicht sowas Kennen Sie das noch? Ja Ist ein Hack? Ja Von Mario Von Mario Wie schon gesagt, ich hab gesagt, ich mach dann Zustauern und Klicks verpassen Hallo Hallo Oh mein Da ist dein... Hä? Dein Video von... Der Kanal von deinem... Von deinem... Des Play, wo ich dabei bin Du musst dein Niveau wiedersehen Das Niveau ist schon längst gesunken Als ich den Kanal gekauft habe Alter, komm Ja Ich bin ein Tor Hey Tor Ich bin der blaue Tor Wie geht's dir Tor das macht sich übertreibt doch nicht ich weiß nicht gleich ab ich weiß nicht gleich ab scheiße sterbe ich bin die bekommen noch beide extra versuch wie kannst du dir eine blase machen nein ich möchte raus scheiße nimmt die starke mit auch gott hatte ich sterbe jede sekunde jetzt weiß ich mich wie sie jannik sich was machst du bist du denn bist du denn behämmert jetzt was so schwer ist es ja nicht mal also wie mies das sind bitte weil das geht ja noch alles dass wir können das level abschließen die korrekte weiß ich jetzt auch gar nicht ja das level war echt cool jetzt kommt noch nicht wenn die wollte one ups ihr habt ihr dringend nötig wenn man so gut ist wie soll denn das gehen zu dritt es gibt hier nen trick ihr könnt das beste rausholen wenn ihr schlau genug seid zwei ja wenigstens ein ab das heißt du kannst einmal öfter du kannst einmal mehr sterben kannst einmal mehr sterben ohne ein extra anlauf zu bekommen glückwunsch klatschen wir alle nein nein das ist daran ein assi level ist doch voll cool wartet mal wartet das level ist auch cool das level ist auch cool jetzt übertreibe ich mal wenn ich es kann ich habe eine bessere Idee warte mal wir müssen hier mini pilzer ja genau genau wir müssen jetzt da zurück glaube ich genau das wusste ich ein herz hast du wieder leben wegen mir verloren ja ich kann einfach über wasser laufen stimmt haha ich habe jetzt mehr leben als davor ich habe immer weniger leben hier ist doch voll geil was hast du dagegen ich mag die unterwasser level am besten hahaha danke man hahaha bin ich doch das war geil Mario Maker ja das ist auch cool so letzte wie lange nimmst du einen kleinen part aus ungefähr die hälfte ungefähr die hälfte der welt aber ich denke nicht dass es so lange ist oder schon klar weil man das schneller ist ja was gibt was klaut ihr meinen pilzen ich bin nicht mehr du willst sterben oder du hast meinen pilz geklaut ja du dachtest du du denkst zu viel Alkan du denkst auch an dich ja du denkst auch an dich weil ich denken kann weil ich denken kann ey wie soll ich da rankommen jetzt biete ich mal danke Alkan danke dankeschön 8 lied danke danke Was denn? Das sieht doch voll verdächtig aus, oder nicht? Doch, eigentlich schon. Wenn du deine CB kennst, dann kommst du drauf auf. Ja! Ist klar. Welchen Boss? Der Speed war nicht auf. Weißt du, wusstest du, dass das an Tetris angelehnt ist? Nein. Einfach rüber auf. Nein, das ist nicht an Tetris. Was war da eigentlich? Was machst du, alter Junge? Du stehst voll im Weg, meinst du? Hier war eine Starcoin, glaub. Es gab hier irgendwo noch eine miese Starcoin. Alter, dein... Der schreit ganze Zeit so rum. Hä, 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 hä. Oh mein Gott. Hey, Alter. Das ist so gut sein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist aber jetzt auch nicht. Du bist riesig. Oh, ja. Und? Der ist zwar nicht schwer. Ich weiß. Jetzt kommst du da nicht rein. Wo bist du denn? Ja, aber was, wenn ich die nicht aufmache? Hä, wie hab ich dich aufgemacht? Hä, wie hab ich dich aufgemacht? Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich wollte nachdem jemand aufgedraben. Scheiße. 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 Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hä, wie kommen wir zur Kanone? Ich glaub, wenn du... Ich glaub, wenn du... Ich glaub, wenn du... Ich glaub, wenn du... Keine Ahnung. Was? 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 Ich hab' keinen Bock mehr. Ja. Und wir würden sagen, das war's für diesen Part. Hallo. Haut rein. Tschüss.